Jense Jense verteidigt von Etou Objesse Hand-off für Ferris Lee Cam Taylor noch mal der Pass raus Ollini den kann er Aber Luis Ollini Nächster Offensiv-Rebound Ollini gut nachgesetzt So was brauchen sie auch Dass die die offensiven Rebounds holen Aber Treffen gilt Das war's Das war's Das war's Das war's Töne Töne Aaron rebound Germany leading by 7 17 13 looking to stretch it from the corner good another three-point Play oh, but he did not make the shot Germany fortunate Great defense from Soko going straight up So 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Von der corner, und niemand boxed aus Sinkfelter. Lee, quick pass down low, und Lindy geht um für den dunk. Great play by Paris Lee, taking it away from Marcelino. Lee miss, aber look at die Offensive, work on die Glass! Hold it. Remember that stat we looked at, the bench, the benches, well. Bomberg's bench is outscored, the very start ten refates, and I'm happy that he attacked the basket. Bloomberg. Lindy turns, and Santa Justa falls down. Paris Lee has it. Lindy pulls up and misses there for the rebound, though, is Sink. Wow, well done. Put the money yesterday. I don't know what you're this way, Mike. Looked the money's capital, feliz. Moving on, Jesus came up and said, . Doesn't look good at the hoop. Oh, he reverses it. Bryce Taylor. Wide open for the three. It's no good. Schenkfurter ist auf dem Glas, kommt auf. Erster Mann zurück. Ich weiß, wie wichtig das Spiel ist, definitiv. Der langen 3 ist weit weg. 4 hier. 3 in der Lange. Pops es raus. Olympe für 3 ist nicht gut. Und Semmer mit 69 Punkten hat ihren schlechtesten Saison-Wert aufgelegt. Luz Olympe für 3. Dieser Begegnung. Jetzt haben wir es auf der anderen Seite. Pass in die Ecke. Olympe nochmal. Röntiger ist Trevor Ralf. Marai mit dem Offensiv-Rebound. Und Olympe mit dem Tip-Dunk. Mein Assistant Coach der MAP-Riedsburg und der Arthur Dragons. Olympe für 3. Olympe soll von der Grundlinie kommen. Von Jalloh. Olympe, besserer Start für Bamberg. Olympe für 3. In and out. Nochmal Olympe mit dem Dreier. Aus dieser Partie. Er ist so ein bisschen dahin. In dieser zweiten Halbzeit. Sie hat auch ordentlich angespannt. Und aus dieser rechten Ecke hat er viele Dreier genommen. Molini Faul Lais Gelach 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. . Taylor is in the left corner, Elendi drives in, a little bit wild, Asimurai gets it back. Sohan missing the jumper, now Elendi, front and back of the rim. And the pass down low, and Elendi puts Bamberg in. He can get in front of the defense, but great reaction by Elendi. Now, Bamberg, Elendi, gets in and lays it up old school. That's his assistant. There's up Harris Lee, passing it back to Harris, and he hands it off again. . 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 Takes the contact The finish It's about it takes it from the elbow and makes it as the buzzer sounds And they will come and use the screen note He comes off the screen and then they takes the three and buries it well That's the growth of Lewis taken away great hands from Abushan now McLean McLean kicks it out Alinde Takes another one doesn't go First look at it Lee off the handoff Just about recovers it Threes away and is long Shermandini Checks in Paris Lee needs to pass finds one Baseline rip through tough move off the glass is no good And they are so active on this Another shot in transition Paris Lee will what I thought was going to come and take it Tough move off the glass Alinde can't get it to drop A whip caught Great rip and turn the corner but the defense Again from Senerife Opening the corner the three is short Chance to run but that's already on to six I can't get the long to the great work Lee 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 Good job Extra pass comes a little too late Aber Alinde hat trotzdem noch Zeit genug Und er ist einfach so Ein sehr guter Wert Und die Trefferquote ist überragend Bamberg läuft Bamberg läuft Flo Koch Guter Rebound, aber dann muss er den Ball sichern Er sichert ihn nicht, Alinde ist schon vorne Einfache 0 von 4 von der 3 Punkte Linie 2 von 8 aus dem Feld Guter Rebound von Rudd Marei Gut aufgenommen Jetzt müssen sie zurück rotieren und da sind sie dann zu langsam Olindi kann das nicht bestrafen, hat Olindi Olindi Gut durchgesteckt auf Olindi Olindi macht einfach viel richtig Gut rotiert in der Defensive, gut übergeben bei Würzburg in der Defensive Olindi, Olindi, ganz schwierig Starker Rebound von den 2 Lee Olindi 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 Auch der rollt raus Im bisherigen Saisonverlauf mit katastrophalen Quoten Keine Überraschung, Bamberg früh nach innen Sumarei, da will man wahrscheinlich Kratzer Olindi Noch einer Olindi 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 Der ist deutlich zu kurz Olindi Olindi verliegt Smarei Schöner Spin-Move, klasse Pass auf Olligny in einem Spiel gegen Brose Bamberg. Bamberg bewegt den Ball wieder gut und am Ende der Passplafette steht Louis Olligny. und am Ende der Passplafette steht Louis Olligny in einem Spiel gegen Brose Bamberg. Man hat einen Spiel gegen Brose Bamberg. Man hat einen Spiel gegen Brose Bamberg und die Schöner im Spiel gegen Brose Bamberg. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Und draußen zu kurz, Dragic, nur 13 cm. Die trennen diese beiden hier wieder. Und da bringt Lee wieder Tempo rein, schnell den freien Mann gefunden. Ein guter Vorstellung in der Defensive, der Gäste auch offensiv. Das war so. Es hat sich auf die Beleidigung zu stoppen. Das war es nicht. Der Verstapp ist gesteigt. Lukovic ist er. Und jetzt Banffa kann sie in den Positionorien. mit dem mittel von fix weiter muss mit dem afloat das ist gettet mit der offensiv riep in der looking but yet summer in the low block he comes the screen on the ball kick it out all in day just three linday in and out und 25 cm größenunterschied aber die gibt den ball wieder her jetzt sucht er sich die position aber wieder du bist du das pick and roll mit zengfelder guter rebound lockhart vorher lief's gut mit den dreien aus der ecke für ihn der hier faken ding filter who's been zinging them in inside and out passes it back outside and louis lindy altered paris lee chalk lock down to four lindy certainly a candidate to heat up lee inside and lindy well that was when misses and the pass out to the corner lindy short marae was lindy puts it on the deck gets denied by higgins good night 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Pio dabei. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Get it. Edkins. 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 Double-teamed in der Hälfte Crawford all the way blocked by Lindy again Timing gegen Olyndy, klasse wie gesagt, die muss auch ihr ordentlich runterbeißen No gegen Olyndy, sauberer Block No ist da, Zizza ist da und Olyndy heute mit einem Jetzt Tabkiewicz von der leften und hat das Schott Block Lisch, Lisch gibt es über Now, zu den inside, Hankins, 5 Uhr an der Kloch Hubern, hat er Rejecten, alle schauen, gut geholfen da Gute Defense von Albasic Paulding gegen Olyndy Stark verteidigt Kein Foul Richter Guter Pass Guter Block Also zudem muss jetzt eigentlich der Ball, Asimha Rai wird von Richard Pauldberg verteidigt Aber er geht hier dazwischen, holt in Stil Und wird geblockt von Louis Olyndy Und Osster Asimha Raiogether Ich war dann gar nicht sagen, dann passiert immer so etwas Nur ist sie Lidie Und Gutes Handspiel aber baard machtsicht am Brett Oh Was McLean who missed the three-pointer in fact from the right corner now Schöner Cut und dann wird er aber abgeräumt aber trotzdem Bamberger hier schon hier Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf dem Parkett. Da sind die Ersten. Er ist schwer. Ja, der fällt auch nicht. Robertson zieht das Foul. Wie will man sie nennen? Diese tiefe Position eher dribbeln. Robertson. Weißer. Vargas. Good job. von Utterskürz. Crossover. All the way to the bucket, but can't get it to go. Big man now backs down, almost lost the ball, but the contact goes up, off the backboard. Murray with a rebound. Waits, comes up the screen, Alinde switches, 3 seconds of the clock, Huban has the step. Get the roll though, one final chance. ... 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. And ... 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 Ein vielleicht sogar unsportliches Traum. Jetzt wieder Zitzer mit dem Versuch, den 1 gegen 1 zu attackieren. Klasse, wie gesagt, die müssen auch hier ordentlich runterbeißen. Loh gegen Molindi, sauberer Block. Ein bisschen Schwung verliert den vielleicht, wenn er mit einkalkuliert hatte. Lucic. Brown. Und er hat es. Oh, er hat es gebrockt. Das war's. mit Ossen Marais Now Ruban pulls up, tough fading shot, doesn't go Drive from Rogic, can't finish, Elinda Grafson One way, then the other, Booker, double teams Someone's gonna be open, can they find him? Rogic's drive doesn't hit anything Which gives it over Now to the inside, Hankins, five on the clock Ruban has it rejected, everyone looking around Oh, look down, there's too much help, then he'll attack it on the dribble Locked, great work on the glass Tada Folding Good wirf, und dazu auch ein ordentliches Buddy hat um den Rücken zum Kopf zu spielen Folding, kein Foul Ja, great check out by Ericsson, a very, very good contest Although after that foul Shot short Hunter Couldn't will it in Olindy Now for the first time at Würzburg, he's with the ball Oh, that's a difficult, riskiering pass Das liegt aber eben auf, das Gump, they get the stop, now can they get the basket? They drive in And the ball goes the other way Hunt's certainly making an impact, now Soko puts it up Lockford again, this time he clangs it off the backboard And then Great Britain And then what? T Ocean Boat Boat To Boat Das war's. So close, they've answered the call and they lead it by 6. Now Saline off the front of the rim and the rebound. Luiz, he will beat you with a pass and he'll beat you with a shot, no doubt. Tough shot and the miss by Sherman Needy. 19-point-gain für Christian Riefeis Steiger 19-point-gain für Christian Riefeis Steiger 19-point-gain für Christian Riefeis Steiger Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das ist so in Ordnung, weil es nämlich nur 14 Sekunden gibt, weil es einfach aufgrund des großen Einsatzes ist. Nochmal, Yang und er zählt wieder. Wir müssen versuchen wirklich über Pick-and-Roll-Situationen ins Spiel zu bringen, weil das ist seine große Stärke. So, und da haben wir das zweite Foul von Olympia. Russell. Gut gemacht. Jetzt auch zweistellig, oder? Nee, erst acht. Ich dachte, dass wir... Rego unter dem neuen Trainer. ...Formationen durchgehen, die Bremer Hafner wieder mit Jackson auf der 5 zum Start. Ach, diese Würfe von Turner, den statistischen Ansatz wählt. Also, unterschätzte Spieler, die aber hohe, gute statistische Werte haben. Und... Die 33 weiter. Ganz enge Kiste. Fünfeinhalb Minuten noch. Kein Foul. ... ... ... ... ... ... Und der Dumpen, der Schermann hat es nicht gut. Steiger. Ballverlust. Steiger. Als Team von der Intensität her nicht mehr die Aggressivität gab, weit weg. Knocks it down. Incredible shooting from both teams. They get the steal back. Brown is downtown. He passes down low to Wienick, but it gets away from the big man. It's going to do. All games. Here comes the isolation. Step back, cross over. Or turns it over. And now, Marea transition hand up with Violeta. Here we go pick and roll up. Well, he's tripped over, but no foul called. And now Bamberg can push the transition. Brown. Pjanic. Ballverlust. Und da ist der Ballgewinn. Falle schlägt zu und La Jupa ein bisschen zu optimistisch. Ballverlust. Brent attackiert hier auch das offensive Brett, wie schon so häufig extrem gut. Und Pächter schmeißt die Bälle im Moment weg. Ray. Er gibt den Ball. Es ist nicht das Spiel von Tietje. Bamberg kämpft auch. Beide Teams geben alles. Das ist Müdigkeit. Schwacher Pass. Der ist so deutschsichtig. Frank. Nicht ihre komplette Energie abrufen werden. Nicht, dass die Bamberger Fans jetzt denken. Ja. Ja. Diskrepanz. Ja. Dann ist der Pass drüber. Keine gute Idee. Alles. Gut aufgepasst von Luisa Lindy. Kein besonders freier Wurf, aber Hickman macht ihn und sie sehen die Quote war und ist immer noch sehr, sehr hoch. Das Ganze ist in einem Ballgewinn. 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 Gut aufgepasst von Luisa Lindy. um we check from the spins around what's it over a very soft move for once Bamberg on top in the paint as a Linda gets a piece of that one black all the ways watch the balance it with two hands throws it down with one biggest lead of the night for Bamberg and now Paris Lee turns it over is the pressure got stuck in you might say to Wilson the left pitch that with him drop and Olindy is off next by Ike Roberson making the run Raytheon Mayes goes for the three Roberson leaps in and claims the rebound go 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stimmengewirr Kone, Kone! Das ist auf Marcelino. In die Kone, Kone, Kone! Kone! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020